Hallo liebe Kinder, heute habe ich einen neuen Titel für euch, und zwar heißt dieser Meine Tante aus Marokko. Ihr braucht dazu folgende Griffe, den D-Dur, den G-Dur und den A7. Ich spiele den Titel ganz langsam vor euch vor, damit ihr ihn auch gut mitspielen könnt. In der Regel solltet ihr aber nach einiger Zeit ihn auch schneller spielen können. Dann kommt da noch ein bisschen mehr Pfiff rein. Und zwar fange ich einfach mal an. Eins, zwei, drei, vier. Und der Tante aus Marokko. Und der Tante aus Marokko. Und der Tante aus Marokko. Und die Kante von mir. Ihr merkt, der Titel ist nicht schwer zu spielen. Wenn ihr ein bisschen übt, dann solltet ihr es auf jeden Fall hinbekommen. Den Aufschlag wiederhole ich nochmal für euch. In der Regel solltet ihr es auf jeden Fall hinbekommen. Und der Tante aus Marokko. 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 Und die Kante von mir. Ich wiederhole nochmal die Akkorde für euch. Ihr braucht den D-Dur. Der A7 ist vielleicht noch etwas neu für euch. Da greift ihr mit dem Zeigefinger auf der dritten Seite im zweiten Bund. Und mit dem Mittelfinger auf der fünften Seite im zweiten Bund. Dann könnt ihr auch ganz normal anfangen zu singen dazu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.